Ardodayasana ist eine der vielen Bezeichnungen für den Handstand. Arda heißt halb, Udaya heißt emporsteigen. Es ist die Stellung des halben Fliegens. Anstatt dass du einfach in den Himmel fliegst, hältst du die Hände auf dem Boden. Felix zeigt, wie es geht. Gebe die Hände auf den Boden, schaue zunächst auf an den Boden, die Fingerspitzen gut in den Boden und dann komme hoch zum Handstand. Entweder ein Bein nach dem anderen, wie es Felix macht, oder beide Beine zur gleichen Zeit, was anderen leichter fällt. Schaue dabei zum Boden hin, das ist leichter. Fortgeschrittene schauen auch einfach nur die Nasenspitze an. Ardodayasana hilft, Gleichgewicht zu entwickeln, Stärke der Unterarme, der Oberarme und der Schultern und den ganzen Körper gut zu beherrschen.